Was ist hier passiert? Hey, bitte keine Kamera. Wir wollen nur ein paar Fragen stellen. Fragen nicht jetzt. Was ist hier passiert? Was ist das Erste, an das Sie sich erinnern können? Das Erste, woran ich mich erinnern kann? Ich weiß gar nicht so recht. Ich lag eigentlich immer ziemlich eng zwischen meinen Geschwistern. Aber ich habe mich trotzdem immer ziemlich einsam gefühlt. Meine Mutter konnte sich auch nicht so wirklich um mich kümmern. Ich kenne meine Mutter gar nicht. Als ich klein war, dachte ich einmal, dass ich sie rufen hören würde. Aber das kann ich mir auch eingebildet haben. Dunkelheit, Gerüttel. Ich war eingepärscht mit tausenden anderen. Ohne Essen, ohne Wasser. Ich glaube, ich war nie in meinem Leben so durstig. Die Einsamkeit am Anfang. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und da war dieser Boden. Dieser harte Boden. Wie sah Ihre Kindheit denn überhaupt aus? Sie hatten wohl Angst, dass wir uns mit den Fingernägeln verletzen. Also haben Sie sie entfernt. Was wissen Sie von Ihrer Kindheit? Dann plötzlich Lecht. Ich war orientierungslos in diesem riesigen Raum. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da tue. Aber irgendwie bin ich durchgekommen. Was war die einschneidendste Veränderung? Ich wurde von meiner Familie weggerissen. Jetzt halt doch mal still, du dumme Sau! Ich wurde in einen Lastwagen gestoßen und eingesperrt. Oh nein! Schon wieder das altbekannte. Dunkelheit und unglaublich wenig Platz. Die haben mich in ein Auto geworfen. Und da drin war es so eng, ich habe fast keine Luft mehr gekriegt. Wie verlief Ihr Leben danach? Ich wurde da mit lauter Gleichaltrigen zusammengesperrt. Und wir mussten wirklich um jeden Zentimeter Freiraum kämpfen. Es wurde noch schlimmer, als ich mir das Bein gebrochen habe. Niemand kam, um es zu behandeln. Und dann hat es sich auch noch entzündet. Es war katastrophal. Wir hatten nichts. Nicht mal Toiletten. Es war so entwürdigend. Und krank wurden wir auch noch davon. Ich habe eng gedrängt mit anderen arbeiten müssen. Überall waren andere. Neben mir, unter mir, über mir. Man war nie allein. Welches Erlebnis hat Ihnen am meisten zugesetzt? Der Arbeitsdruck war enorm. Und die, die mich standhalten konnten, sie sind vor Erschöpfung zusammengebrochen. Und wurden erst einige Zeit später weggeschafft. Mein einzigster Freund. Er wurde zuerst krank. Und dann konnte er die Enge nicht mehr aushalten. Er ist daran zerbrochen. Am Schluss haben sie ihn weggebracht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Meine Kinder. Sie haben mir meine Kinder weggenommen. Alle meine Kinder. Lass mich! Kinder! Können wir bitte kurz Stopp machen? Was hätten Sie sich rückblickend in Ihrem Leben gewünscht? Ich hätte gern mehr Freunde gehabt. Mehr wirkliche Freunde. Ich hätte das Gras gerne einmal gespürt. Und nicht nur gesehen. Mehr Platz. Ich habe mir schon immer mehr Platz gewünscht. Vielen Dank.